Musik So, liebe Gäste, sind Sie bereit? Ich kann nichts hören, sind Sie bereit? Okay, und los geht, Francesco. Auf geht's, du, oder was? Ja, wo ein Caio, Gefäß. Fan, da war geän. Ja, wo ein Caio, Gefäß. Ja, wo ein Caio, Gefäß. Ich kann nichts hören, ich kann nichts hören. Ich kann nichts hören, ich kann nichts hören. Die Fahrzeuge sind ca. 30 cm im Boden eingebündet. Die Fahrzeuge haben ein bisschen Probleme, denn das Fahrzeug hat hier einen Zitri eingebaut bekommen. Das hakt ein bisschen. So Jungs, die Piste ist frei. Auf geht's zur nächsten Fahrt. Auf geht's. Die Einheit vor dem Kampfgewicht. Die Piste ist frei. 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 Ja, man, wir sehen uns doch wieder, wenn wir sehen, dass wir da ein Jump-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang-Sang. So sind wir die Gäste, schön die Kameras bereit halten, unsere Jungs parken jetzt mal auf die Fahrzeuge, so dass sie mal ein Fotogatio umgestellt machen können. Die Jungs parken jetzt mal hier ein auf die alten Schwartfahrzeuge. So, Franzisjo, einparken, Junge. So, Junge, wenn Sie ein Parkproblem haben, kommen Sie gerne an den Unzertrag. Und jetzt haben Sie die Zeit, 10 Sekunden zum Fotografieren. Und runter, Junge, abklagen. Wie gesagt, ich wollte sagen, dass diejenigen, die uns sie haben, ihre alten Schrottfahrzeuge zur Verfügung gestellt haben, irgendwo hängt schon das Herz ein bisschen an den Leiden. Und jetzt hier, Dinkler, die Dachung von Roberto, nur noch einkacken. Und jetzt, auf geht's, 10 Sekunden. Ideen. Get ready for the countdown. 10, 5, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Okay, oder einschalten? Bitte machen Sie das Getriebe nicht wieder kaputt. Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, natürlich haben Sie auch nach der Vorstellung, wie Sie sich alle hier an unseren Wurzertachs zu fotografieren, wenn wir ein Handy haben, kann sich dann hier ein Erinnerungsfoto machen an den Wurzertachs. So, Jungs, und jetzt noch mal drüber, auf geht's. Wollt ihr das nochmal sehen, ja? Ich kann nichts hören, wollt ihr das nochmal sehen? Ja, und auf geht's, Jungs, du mehr damit. Und das ist euer Applaus, Jungs! So, alle muss einmal aufstellen, dann auf die Fahrbahn, aufstellen, die bei der Bundeswehr nebenan, na schön. So, liebe Gäste, für die, gegen die und da am Start. Sehr gut, heilig, der feiert heute seinen 20-jährigen Montag. Irgendwann, einen Applaus. Jungs, Jungs!